Der Startschuss für das erste Cleanup der Saison ist gefallen. Unter strenger Einhaltung der zurzeit geltenden Bestimmungen und mit offizieller Genehmigung wurde vor der Badesaison der Bürger aus See betaucht. Das Team rückte bei sehr launischem Wetter und eingeschränkten Sichtweiten unter Wasser an und sorgte dafür, dass die Badesaison sicher und sauber starten kann. Unter den Fundstücken befanden sich Angelzubehör, Hundespielzeug, Plastikbecher, Plastikflaschen, Dilliaser Plastikmüll, ein Vereinskollege sowie Kronkorken, Glasflaschen, Gläser, ein Handy sowie noch unterschiedlichster Kleinabfall. Im Großen und Ganzen erfreut sich der See über eine gute Sauberkeit, sodass am Ende des Cleanups ca. 23 Kilo Müll auf der Waage standen, welche umgehend von der Gemeinde entsorgt wurden. Der gefährliche Müll in Form eines zerbrochenen Weinglases und mehrerer anderer Glasscherben, welcher sich in Flachwasser befand, wurde entsorgt und somit steht einer sicheren Badesaison nichts mehr im Wege. Auf unserer Homepage unter www.umwelttaucher.eu findest du alle Infos zum Verein, wie man Mitglied wird und wie man uns unterstützen kann. Unter der Rubrik Berichte findest du alles zu unseren Einsätzen. Du kannst uns natürlich auch sehr gerne auf Facebook und auf Instagram folgen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, sowie auf YouTube unsere spannenden Videos verfolgen.